3, 2, 1 Leute, heute wird YouTube-Geschichte geschrieben, meine Freunde. Wir werden einen Rekord brechen, und zwar haben wir hier 30.000 Bälle. Junge, es sieht so krank aus. Da oben sind nochmal zwei Säcke. So war unsere Reaktion, dass die angekommen sind. Wir haben uns jetzt nicht so erwartet, dass es so viel ist. Ich hab Angst. Ein bisschen. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Das sind alle Bälle. Junge. Es war geisteskrank. Es war geisteskrank, aber jetzt sind sie hier. Wir werden heute ein mega Video machen. Wir werden jetzt diese ganzen Bälle in dieses Trampolin reinmachen und das größte Bälle-Bartrampolin der Welt machen. Sogar mit Sicherheitsfunktion natürlich runter, falls es zusammenbrechen sollte. Ich bin sehr gespannt. 30.000 Bälle in ein Trampolin. Wer hat sowas gemacht? Lass ein Abo da. Geht auf hashow.de und euch den besten Texte in der Welt. Uuuuuhu. Ach, hier, Leute. Oh nein. Nein, 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 nein. Die Brüder ist raus. Brüder. Brüder, dann muss es. Na, 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 na. Ruhuuhu. 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 besatzung ich hab dir einen Tipp, gleich sieht man nichts, wenn die Sachen drauf sind das ist voll die neiste Massage von den Bällen mega! bestimmt von den Bällen Achtung Komm, du bist meine Bälle, Lieben Aaaaaah Isabelle Isabelle, lebst du da? Junge, wo ist sie? Isabelle? Kommst du nicht mal hoch? Wo bist du? Kannst du die Zuschauer auf einen Tauchgang mitnehmen? Klar Doch, uns war diese Menge noch nicht genug Wir haben noch einige Bälle bei Bälle und die mussten ins Tauch gehen Oh mein Gott, ist das krass Oh mein Gott, hi Und wie gehts euch da drin? Ja, sehr gut, sehr gut Junge, nein! Er ist tot Du, 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 du Nuh, du, 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 du Machschaut, ja! Ok, perfekt Wrrrrrrr Juuu So, du? Jetzt bin ich rein Isabel macht Platz Oh, da ist das Jetzt kommen meine Arme. Lass den Arm los, vertrau mir einfach, lass den Arm los. Tschüss Janus! Warte, lass ich einfach nur an einem Finger festhalten. Wir machen jetzt die Challenge. Isabel, du musst mir vertrauen, beziehungsweise meinen kleinen Finger vertrauen, okay? Und jetzt hack dich ein. Okay, lass dich nach hinten. Und da loslassen, da loslassen Isabel. Lass da los, Isabel, lass los, lass los. Ey, du lässt es so schnell los. Lass los, lass los. Die Hand weg, und jetzt los. Nein, lass die Hand weg. Und jetzt hoch, hoch. Nein, Isabel, du kannst mir nicht vertrauen. Also ich bin ganz ehrlich, das ist ja schon richtig geil, das sieht ja schon cool aus. Aber das Stück fehlt halt schon noch. Und wir haben ja auch eigentlich noch Bälle. Hm, deswegen würde ich sagen... Noch einen! Let's go! Isabel, ich glaube, was jetzt passieren wird, ist, dass du gar nicht mehr rausgucken kannst. Ja! Oh, Isabel, wo bist du? Isabel, rette dich! Johannes, wie süß! Ich glaube, ich bin bereit, um zu sterben. Ist das nicht dein größter Traum mit Johannes eingesperrt in deinem Ding zu sein? Klar doch. Träume gehen in Erfüllung. Okay, Isabel, wir holen dich raus aus dieser Scheiße. Keiner will mit Johannes in deinem Bällebad sein. Isabel, wo ist deine Hand? Isabel, wo bist du? Jetzt hilf dir doch hoch, Junge! Nimm mein Handy, nimm mein Handy! Du Arsch, dicker! Ey, das ist anstrengend sogar schon beim Zugucken, ja? Das ist anstrengend bei deiner Freundin! Warte, warte! Jetzt hilf dir doch auch zu Buschi, Junge! Warte! Ja, hoch jetzt! Ich hab sie noch nicht, ich hab sie noch nicht! Ich hab sie noch nicht! Oh mein Gott, du lebst noch! Johannes, das war echt enttäuschend! Hilf mir jetzt! Was, wir helfen dir auf gar keinen Fall? Tschüss! Los, komm, wir gehen! Ciao, Bro! Warte, wir müssen die Plane noch drauf machen! Okay, Spaß beiseite! Wir haben Johannes wieder rausgeholt! Aber jetzt fehlt nur noch der endgültige Test für dieses Trampolin! Wie viel hält es aus? Unser letzter Sack Bällebad Bälle! Und wir springen alle gleichzeitig rein! Okay Leute, der letzte Belastungstest! Wir springen alle rein! Und machen noch unsere letzte Packung Bälle rein! Jetzt nicht auseinanderbricht, dann können wir diesem Trampolin offiziell den Win der Woche geben! Oh mein Gott, das ist krank! Dieser Bälle, du wirst... Kommt ein Untergehen da drin, ne? Drei, zwei, eins! Wuh! Dieser Bälle geht langsam unter! Dieser Bälle geht langsam unter! Die geht langsam unter! Oh mein Gott! Eisemel! Ach du Scheiße! Eisemel, wir heißen dich! Oh mein Gott! Geht zuerst raus, ich bin als letztes! Wow, dann noch so ein kampfgeistisches Team! Habt Hallo! Ich hab ihn getunkt! Getunkt! Hallo! Ich sehe Licht! Ich sehe Licht! Hahahaha! Hahahaha! Alter ist das krank! Warte mal! Hilfe! Junge, what the fuck! Junge! Sehe ich gesund aus? Nein, Bruder! Okay! Ey, das bricht euch! Wir müssen jetzt euch raus holen! Warte, ich muss es hier hochhalten! Okay, okay! Junge, das könnte man auch falsch verstehen, was da gerade passiert! Ahhhh! 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 Männer! So kommen Männer aus seinen Kinderbälle-Basen! Ahhhh! Jetzt steht nur noch die Frage, wie wir die ganze Scheiße wieder wegbekommen! Aber wir hatten eine sehr gute Taktik! Okay, lad! Ich hoffe, unsere Taktik ist es auf! Wir wollen jetzt halt das Ding aufmachen und dann den Sack drunterhalten und hoffen, dass es dann in den Sack reinfällt! Ja! LOL! Aber das wird nicht aufhören, gell? Ja, daran hatten wir vielleicht nicht gedacht! Das wird nicht aufhören! Ich schwitschen, ein bisschen Zeit schwitschen! Das wird nicht aufhören! Das habe ich auch gerade gesagt! Äh! Ich kann nicht helfen! Ich hab die Sack! Ich hab die Sack! Ich hab die Sack! Doch, dann fing es auf einmal wieder an! Oh mein Gott, Digga! Was ist das? Aaaaaaaaaaah! Hahaha! Was machst du? Oh! Nein! Ey, hau! Mach die! Hahaha! I'll start, you gotta let me know! Yeah, let go now! I'll start, you gotta let me go! Yeah, let go now! Ja, let go now! Oh mein Gott, es geht los! Aaaaaaah! Ich muss gerade noch mal neu so tun, als ob wir gehypt sind für die Aufnahme, weil Johannes es nicht gefilmt hat! Oh, ist das geil! Wuhuuu! Ewig! Okay! Stell dich an die Reling! Auf die Scheiße! Also auf die andere Seite halt! Auf die Himmel? Ja, also auf die andere Seite! Ach komm! Ich weiß nicht, wie das heißt, Digga! Du hast dir ja gesungen, Alter! Dann geh jetzt nach vorne, Junge! Junge, ich kann mir die bewegen, du spaß! Ich kann mich doch auch bewegen! Und ich bin nicht anders so groß! Junge! Jetzt mach einfach! Junge! 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 Junge!